Warum machen wir das hier überhaupt? Das ist kein Duett. Billy, das ist ein guter Song. Kein großartiger. Wollt ihr Jungs was aufnehmen oder streiten? Für mich geht beides klar. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Das ist Honeycomb. Take 1. Darf ich dich was fragen? Wovon handelt dieser Song? Wovon mein Song handelt? Der Song, den ich geschrieben habe? Ja, warum geht es in einem Song? Du fragst mich ernsthaft, worum es in meinem Song geht? Es geht um ein neues Leben. Daisy, es geht um andere Träume. Spiel weiter. Ich wollte noch sagen, dass... Hey, Daisy, halt. Kein Grund, sich zu streiten. Ich wollte nur sagen, dass ich deine Stimme echt mag. Oh mein Gott. Ihre erste Single und gleich auf die 1. Ich meine, wie toppen Sie das jetzt? Wenn man ein Album macht, ist das etwas Intimes. Das muss es sein. Er hat noch nie zuvor so viel gelächelt. Früher war ich diejenige, der du alles zuerst vorgespielt hast. Was wollen die Leute sehen? Das ist nicht echt. Das weißt du? Oh, baby, look at us now. Sag mir, dass da nichts zwischen uns beiden ist. Dass ich mir diese Gefühle nur eingebaut. Oh, baby, look at us now. Falls du sie liebst. Tu ich nicht. Falls du es je tust, dann sind wir Geschichte. Es wird langsam Zeit für ein bisschen. Pyro-Technik. Das brauchen wir nicht. Ich bin das Feuer. Schnell, ich bin das Feuer. Das ist schrecklich. Ich bin das Feuer.